Ähm, ähm, ähm... Mann, nun mach doch mal hin, die Zuschauer warten doch. Jaja, nicht nerven, Eddie. Doch, jetzt seh zu! Nerv nicht! Hallo und willkommen beim Trailer der Staffel 31. Bevor es losgeht, eine ganz kurze Erklärung. Ich habe bei diesem Trailer und bei allen folgenden Folgen, Folgen und Folgen... Haha, Blutmann! ...egal, habe ich den Teaser ein bisschen abgeändert. Viele hatten gesagt, ja, man sieht ja immer alles, wie es passiert und bla. Kann ich nachvollziehen, habe ich umgedacht und habe das jetzt so gemacht, dass natürlich dann nicht alles zu sehen ist. Man weiß, da passiert was, aber man kann jetzt nicht mehr wissen, was. Man wird nicht sehen, ob ich gewinne, man wird nicht sehen, ob ich verliere, man wird nicht sehen, ob ich irgendwie runterfalle oder, 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 oder. Als nächstes möchte ich mich dann auf jeden Fall bei den Mitspielern bedanken, die dir helfen haben, die Staffel auf die Bühne zu stellen. Das wären ja dann Ethel, Maxi, Energetics, Ratner. Dann kam ja auch noch als Gastauftritt der Salafu dazu und der Rucksack. Ja, dann gibt es nicht viel zu reden. Ich habe noch ein bisschen Mucke drunter gepackt. Ich weiß nicht, ob es passt. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr den Typ fandet oder ob es eher störend war. Zu den technischen Daten kann ich sagen, es waren jetzt circa 1,2 Terabyte Material. Um die 80 Stunden, könnte man sagen, die aufgenommen wurden. Und es waren noch viel mehr Stunden, die ich online war. Also komplett gecuttet ging natürlich nicht, weil dann wäre ich in zwei Wochen noch nicht fertig. Ich habe jetzt vier Tage gebraucht, um die 41 Folgen zu machen. Ich habe ein bisschen gecuttet, habe ein bisschen was reingelassen. Zwei, drei kleine Sounds reingeschnitten zwischendurch. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, wie ihr es kennt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe an Bildmaterial noch rumgespielt und habe das auch mal alles ein bisschen verbessert. Ihr werdet den Unterschied auch definitiv sofort sehen. Oder könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es gesehen habt. Aber das hat dazu geführt, dass ein 25 Minuten Video gute drei Stunden rendern musste. Und die Endvideos waren 7, 8 Gigabyte groß. So, jetzt wisst ihr alles Nötige und würde ich sagen, Abmarsch und los geht's. Achso, noch was. Ich weiß, dass einigen das auf den Senkel geht, dass der Trailer, der mit Eddie, so lange geht. Aber, bin ich ehrlich, ist mir ja. Denn, jetzt mal weird talk, wenn jemand sich die Mühe macht, egal welcher YouTuber, egal wie groß oder wie klein, kleiner ist, also wenn er sich selber die Mühe macht und nicht einen Cutter hat, sollte doch schon möglich sein. Und deswegen sage ich es immer wieder gerne, Leute, lasst einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da, um das zu bewerten. Damit A, derjenige, der es gemacht hat, sieht, okay, es kommt gut an oder es kommt scheiße an. Und B, unterstützt ihr denjenigen ja auch. Desto mehr Daumen hoch und Daumen runter, das ist egal, ne, und wenn es nur Daumen runter sind, umso mehr wirst du ja von YouTube auch gerankt. Daher seid nicht immer so faul. Das dauert eine Sekunde. Ich habe zu 90% aller mir angeschauten Videos immer eine Bewertung da gelassen. Teilweise sogar einen Kommentar. Auch wenn es halt, weiß ich, was Indisch oder Englisch war. Ja, aber die Leute freuen sich darüber auch. Die sehen, Mensch, hier, guck mal, die finden das gut oder die finden das nicht gut. Da gibt es eine Kritik, da gibt es einen Lob. Und das macht den Leuten ja auch Freude. Und wenn man bedenkt, dass ich jetzt mit allen drum und dran, mit Aufnahme und, 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 zwei Wochen, zwei Wochen gebraucht habe, ja. Das ist eine Heidenarbeit und ich rede nicht von einer Stunde am Tag. Definitiv nicht. Ne, also seid so fair und lasst uns einen Daumen hoch oder einen Daumen runter da oder einen Kommentar. So, jetzt aber ab. Du, Eddie, es gibt Zuschauer, die bewerten das Video nicht. Hä? Das ist nicht dein Ernst? Hä? Was soll das? Aufs Maul! Da kann doch nicht so schwer sein. Daumen hoch oder Daumen runter. Hä? Also ihr Pflaumen, hoch den Daumen oder runter. Und wenn nicht, dann... Dann klatscht es. Daumen hoch oder 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 daumen hoch. Komplett lost Sherry Sherry Lady Listen to your heart Irgendwie merkt man es doch, dass wir irgendwie alle so ein bisschen gleich alt sind Na ja, gleich alt, alle so ein bisschen, zwölf Was ist denn da für ne Scheißromantik-Mucke, da macht mir weder da, ihr Ferkels Oh, Ragnar, Annie, was ist das denn, eine Taschenlampe, ja, ich freue mich nicht zu sehen Okay, mach mal die Mucke Oh, Ragnar, Annie, oh, die Taschenlampe, ja Oh nein Ah, wir haben Schlagzeug, ey Ich kratze im Stahl, Alter Wo ist das Schlagzeug, ich will spielen Auf den Dach Wer ist denn da, ist das einer von uns oder was Wer wurde Party Party Oh nein Ah Das ist das Kein Quatsch, ey Das ist so, das ist, das ist Rollplayer, Alter Das ist so, wenn es jetzt Livestream wäre, würden alle wieder sagen, oh, die Leute Rollplayer, obwohl ich damit nichts zu tun habe Ein, 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 ein Da ist Odi, der auf dir draufsteht. Lügenmaul, ich bin hier hinten am Schredder. Jaja, klar. Odi? Ich war das nicht, ich war er. Ich hab's aber noch gesehen. Ach, Lügenmaul, bla bla. Eins, zwei, eins. Und? Ne. Das bringt einen Scheiß. Ist jetzt schon wieder? Bamm. Ich spiel bei mir hier Musik ein. Jetzt, 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 jetzt. Ah, nein. Trottel. Das ging doch früher so einfach. Alter, die Huppensprung. Ja, nö. Ja. Du hast ihn jetzt mal einfacher, das stimmt, ja. Ich drehe mich ständig mit dir, bitte. Nein. Jetzt aber. Jetzt. Nein. Ja, nee. Jetzt. Jetzt sind네요. Jetzt aber. Jetzt, 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 ja, 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 nein. Alter. Mann. Ja. Ja. Jawoll. Jawoll. Endlich. Weg, schnell fahren. Ja, ein Böschen brauchte ich vielleicht noch. Ein Böschen? Was ist denn da? Ein Böschen? Ihr braucht ein Böschen. Ui, hol dir aber ein Böschen. Am besten noch Rosa, ne? Mit Rosa-Tschü-Tschü. Eieiei. Ey, nicht! Mann! Ey. Jetzt muss ich mich wieder hochheilen. Setz dich da auf die Bank, Mann. Mit dem Lappen oben. Hast du nicht gemacht. Doch, Alter! Ich hau ihn auf. Pfeil! Schwein! Ja, danke! Was ist die Tür auf? Weiß ich auch nicht. Nicht Pfeil! Wir sind auch geguckt. Alter! Hey auf! Mein Fleisch brennt an! Ah, wieder hoch geil umsonst, ey. Jaja, siehst du mal, wie uns das dann geht, ne? Mann! Blöd, Mann. Ja was, du hast doch angefangen! Und der Fleisch brennt an. Dein Fleisch! Ja, ist ja gut. Hä? 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 Mann! Oh, die ist nix da. So viel Leistung von hier ist ein bisschen rein. Ist das n toll. Ich kann da auch gleich den Baum richtig braun, ne? Ey! 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 Ich mach das nix. Warte mal, ich zeig dir was. ey, 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 ey! Eyuu! Amazon, cette tonne, caus! Wie, alt! Warte mal! Ich hab dich nicht gesehen du warst hinter dem Ich hab dir einen vollen Headshot, Alter. Verlebst du noch? Und wer? Ah, du hast ihn auch. Du hast dich freund. Ja. Ehrlich, schneller wie Oli. Ja. Na, guck. Na. Hahahaha. Halt, ey. Halt einfach mal nach. Ja. Meine Kasse, ey. Du bist nur auf dem Sack mit der scheiß Mucke hier, ey. Hassi-Gang isn't coming, Alter. Drive by. So, jetzt. Jetzt geht's los. Oh. Dicker. Oh. Oh, Gott. Eieieiei. Okay, runts uns an. Du runts uns an. Oh. Oh,희. 委. Uuuh. DiggEL. Ha eih. Oh sos. Bauch... Zidgeeele. emos so, so doof sein, E craftingedor, Termspack. Ziege juga... Frau über Bord! Die Frau über Bord? Äh, schau mal! Drückt mich unter Wasser, Alter! Oh! Alter! Liegt ihr? Nee, er hat aber instant erstmal einen Headshot gekriegt, Alter! Was soll ich machen? Los, ich schieß einmal und du schieß einmal! Ich bin auch dran! Oh! Der will Hacken bestimmt! Na! Eigentlich ne geile Idee, wa? Vor der Dingsbums ne Couch zu stellen Dann können die, die Farm stehen, äh, sitzen Ja, das haben wir heute auch schon gesagt Ja! Und steht keinem Weg, ne? Warum sitzt du denn da, Uli? Ich kräfte grad meinen Kaffee runter Na, na, setz dich hin, wenn du kräftest! Nein, das war gut! Ne, das ist wieder scheuch, das geh ich hier auf mein Meererpult Hört, hört, Kinder! Setzt euch hin, gerade! Arme über den Tisch! Ragnar, nicht einschlafen! Ich schlaf doch nicht! Ja, das sieht man aber nicht so! Ragnar, es gibt gleich Erbsen, Alter! Das tut weh! Ah, so ist gut! Augengerade aus, schön Und jetzt, eins plus eins ist... Drei Eins plus eins ist... Au, zwei! Ich hab nicht mal getroffen, die blöden einfach Aha! Warte, ey, mal! Ich bin drauf! Ah, dann... Du da? Jetzt! Schlauzbrett! Du Toastbrotkiller! Sieht so hartbehindert aus! Random Zeugs! Ja, ja, ja! Entschuldigung! Können Sie mich bitte mal töten? Ja, kill mich ruhig! Easy! Du musst einfach treffen! Gut, danke! Wo bist du? Ah! Boah! Alter! Das war bloß ein großer Fisch! Hab ich mich erschreckt, ey! Ah! Nein! Falsche Taste! Moin! Moin moin! Ja, 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 ja! Und da gibt's Verkehrsunfälle, wenn keine Schüler immer hier rumstehen! Mhm! Hey, Bro! Behind you! Behind you! Behind you! It's a wolf! Behind you! Behind you! Behind you! Ja, ja! Hast du das jetzt, oder was? Oder was? Sag mal! Keine Hobbys? Ich wusste nicht, dass Rentner, ob wir die Server spielen. Außer... Ach du, ich hab mich dagegen, dass ihr spielt! Mach's schon! Ach, danke für das Problem, ne? Naja, von dem Benehmen her eher weniger, aber gibt's ja auch geistig kleinere Rentner, ne? Du steigst gerne andere Menschen? Eps! Andere Männer, ja? Ist das so bei dir? Ja! Naja, ich merk's schon! Naja, ich schreib mein Penis gerne an andere! Hast du sowas überhaupt? Äh, äh, ja! Ah! Was geht wirklich, Bruder? Juhu! 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 Das ist okay! Warte, ich mach... Ich mach... Ich mach'n Kustmund, warte! Oh, oh! Das ist gut! Das ist gut! Das ist gute Duckface, Mann! Ja, ich mach' meine Lippen noch nachts! Warte! Ah, jetzt! Mhhh! Digga, was geht denn hier ab? Oh mein Gott! Porno! Bist du neidisch? Alles klar, alles klar! Ja, stell dich dazu! Kann man nicht mal mehr an Rassen ruhig um uns schreddern oder was, ey? Komm, hier! Fight! Du musst stehen bleiben, ruhig! Bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Ich hab' noch gewahrscht! Ich hab' noch gewahrscht! Ah, du bist du! Fit? Fit? Ich lag' nach! Oh Mann, guck' mal! Ich schmeiß' dich hier raus und dann gehst du... Lass, 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 Lass! Lass, Lass, Lass! Lass, Lass! Lass! Lass, Lass, Lass! Lass, Lass! Lass, Lass! 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 Ah, Spieler! Warte, warte, warte! Das ist der von gerade eben, ne? Nee! Ist der nicht! Gib' ihn! Gib' ihn! Die habe ich hier erst gehalten! Und die Zeit hab' ich auch noch! Wir haben Boltz! scheiße ja die schießen richtig scheiße da kommt ein boot boot auf norden ist hinterm boot hinterm boot steckt da diese spieler auf 250 vorne an den sandsäcken dahinter ist er ich glaube sogar mit her sie ja der hat her sie glaube ich dann sind die vor uns runter ja die fahren die richtung die wir wollen hinterher ja da hinterher müssen wir zwar laufen er wird jetzt hier vor allem wasserturm vorne hochkommen gleich ich höre ich treffe ihn nicht mit den fps drops hier sind die drinnen da oder was haben sie hochgeboostet oben muss auf dem shootingfloor da läuft zwei da drüben 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 330 das ist kein gepanzert ist ja ja kommando jetzt hier sind aktive hier sind aktive bei mir an der putze hinten am wasser hier waren wir doch schon mal genau da ist es mit da ist es mit ich bin da und ja kopfschuss wenn die auf mich gehen dann könnt ihr in den rücken ich stehe sie ich sehe ein warte ich sehe ein lass sie doch hier laufen ich kann silancen ich wollte noch aufgehoben werden aber ihr solltet eure position nicht verraten er läuft gerade zur energetik der einer läuft zur base rein der ist bis am eingang einer push dich zwei pushen dich bin dead bin dead bin dead ein hash von 120 komm ich zu nein ich hab dich getroffen geh weg Spieler ist down es sind drei Spieler da oben jetzt mach weiter mach weiter mach weiter hat ein headshot einer ist down glaube ich ich muss mich erstmal heilen ich muss mich auch heilen ich bin down ich liege mal könnt ihr mich aufheben keiner ist down jetzt müsst ihr down sein gerade das herz für uns wieder von hinten 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 dann geht ihr nur nach rechts weiter er ist oben ja er ist noch nichts sehen ähm ich glaube ganz tief fast nur eine tür könnte ich glaube ich bei den reihen unten drei hits schießen flamed rockets ich will mich befallen ja ich hab auch einer genau schön einnebeln die jungs rucksack genau genau vor dir ist einer im compound einer da einer full aber noch einer ich raste aus nicht n 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 Die Hackschuhe ist kaputt, die Schlafsäcke. Woll ich links rumgehen, du rechts oder beide zusammen? Ah, da rennt einer. Ich cover links. Ja. Links hoch, hier. Happen. Die Kinderlein. Hit me out. Okay. Maxi. Ah, Maxi und, genau. Maxi und Ete ist gleich Big Love. Maxi. Ich bin beregistriert, ja. Wir schießen dann mit Semi. Ich. Und Maxi, die haben sich da wieder ganz verdient. So, ey. E-Post M-S-Ray Big Love, Alter. Ist das ein Arsch? Ich schiefft. Ich schiefft. Ich schiefft. Aber, wir sparen ich nicht. Ich war schiefft. Wir sprangen an den Elementen. Der tanzende und singende Nassbien. Oh, ich kenne Madonna. Ich bin umgeben von Idioten, ey. Die quadratischen Dachlupen zum Rücken drüber machen, dann kann man was drauf hinlaufen. Neue Strecke. Alter, Alter! Ach, ja. Warte, ich kann auch die beiden abbauen. Schluss jetzt hier mit lustig. Aber noch nicht aktivieren, wir müssen erst ein Heli runterfliegen, sonst... Oh shit! Sagt er das... Alter, fahr weiter! Er macht mir auf, um was zu sagen. Mama weiß nicht, wie Internet ausgeht. Ha! Du bist ein Schwein. Das war gut. Scheiße gelaufen. Du musst sagen, Mama, wenn du mir Internet ausmachst, ich weiß, wo die Batterien für deinen Vibr sind. Ha! Er hat's kapiert. Ich glaube, er hat's schon mal gemacht, weil er so gelacht hat. Ha! Iiii! Wer meine Kinder anschließt... Oh Gott! Sie wollen wohnen? Ja, Maxi, alles klar. Jetzt, dass ihr das Wasser ist. Maxi wollen... Maxi, ich fahr. Mein Auto. Maxi! 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 Ich bumm dich so weg! Wenn ihr euch jetzt zusammenreißt, dann bumm sich eure Eltern! Mütter! Schön! Willst du gehen? Ja, das ist ja ja Mütter jetzt. Viel Spaß! Erstens ist da ein Tüsten und dann sowas. Na ja, wenn du schon gebückt bist mein Freund, Alter, ne? Komme, Ratner! Glaub doch, was ich gefunden habe. Meine Trompete. Meine Trompete? Die habe ich aus dem Arrayed mitgebracht. Das ist meine. Habt ihr einfach liegen lassen. Ja. Ich habe sie mitgenommen. Das sind auch zwei Spiele Kinder, Alter. Das rennen sie hier rum. Ich komme mir vor wie es im echten Leben. Du bist Claudi, Alter. Und ich bin ich. Und hier rennen die Kinder die ganze Zeit rum. Und da steht Eddy und guckt dich doch an. Kinder, geht in dein Zimmer spielen. Muss die Gitarre? Jetzt mal draußen spielen am besten. Geht draußen durch die Luft halt nochmal. Geht weg, ey Kinder. Kinder, rief mal raus. Schöne Wetter. Spielt draußen. Ja, Eddy, sei ruhig. Eddy kann nicht reden. Wör mal, sollst du dich hoch springen, Eddy? Nein. Er hat mit meiner Gitarre. So ein Rückwärtsgang. Das sind deine Gene. Wo die? Guck mal hier, so ein Rückwärtsgang. Achso, warte. Bevor du irgendwas machst, ne? Fällst du ins Wasser, hast du eine Woche ein PC-Verbot. Guckst du dann da noch innen aus, ins Wasser? Scheißegal, Alter. Kann man den nicht überfahren, den Zeitisten? Ja, klar. Ja. Wo ist denn der Bauer? Wo ist denn der Bauer? Da... Möchtest du ja. Aber... Jetzt fährt wieder Ethel, danach fährt wieder Maxi. Ey, warte. Warte, warte! 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 Ja, ich kann doch nicht. Jetzt steig doch endlich ein! Geh, schauf! Jetzt. Groening, wir wissen, wo? Ääh, na ja. Wie geht es mir nicht so wohl... Ist das ein Trotterkel? Wie kann man denn so... So! Einundzwanzig auf die Fünf. Let's go. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Ne, die 10. Ich hätte euch einen Jacky geben können, hätte er noch was mitnehmen können oder nichts. Aber einer hat nicht erraten. Die 10, die 10, komm schon, komm schon! Jawoll! Bist du gut? Ja, ich habe gerade aus 21 habe ich 2,31 gemacht. Mal gucken. Obwohl, ich habe das ganze Zeug in mein Pferd versteckt. Und nochmal gewonnen. Komm schon, wir haben alle 3. Oh, 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 3. Ich habe gekloppt. Schwer geworden. Ja, Mann. Wir müssen noch einmal ein Auto suchen. Warum? Nach einem Motor. Kannst du das kein kaufen? Nein. Oh Gott, die schießt auf mich. Hier ist ein Lookback. Oh, die ist hier. Oh, guck mal hier rein! Was? Das Händels ist aus? Ja. Ja, jetzt werde ich noch nicht lang jetzt. Wer kann denn das hier wieder angemuttert? Ja, aber mit einem Flug? Ja. Wie ein junger Gott. Was? Ich wollte nochmal hören, wie die Ausbeute in den Bakunen... Ich wollte nochmal hören, wie die Ausbeute in den Bakunen... Der kommt stets. Keine Ahnung. Nee, das war mir unten. Was war es? Was machst du denn? Hä? Durch die... Durch die Decke. Hä? Die Wand meine ich. Was sticht an der Wand daran oder irgendwas vom Heli rausgeguckt? Ja. Ey, das ist doch nicht den Spiel sein Ernst, Alter! Hast du das ganze Holzzeug und alles wieder mitgenommen? Versehentlich, ja. Ist da gar nichts mehr da? Na doch. Ich bin down. Arschloch! Oh, ist das schon getrunken? Flugabwehr! Bauer!